Bei uns werden vor der Haustür einfach die Pakete geklaut, ich sag's euch. Das ist Papa so dermaßen auf die Hoden gegangen, dass er jetzt auch noch eine Kamera an der Eingangstür montiert hat. Es sind schon einige Sachen weggekommen, einmal ein Paket was ich von euch zugeschickt bekommen habe und einmal ein Haartrockner den sich Mama bestellt hat. Und der war nicht sehr günstig ich sag's euch Leute, wer die Sachen klaut oder ob der Postbote es vielleicht gewesen sein könnte wissen wir noch nicht, aber dank der Kamera mit Bewegungsmelder wissen wir hoffentlich bald mehr, wenn Mamas Sachen geklaut werden finde ich das ja noch ganz okay, aber meine Pakete, nee nee du, das läuft so nicht. Mama hat jetzt durch die App alles genau im Blick und wenn sich was vor der Haustür bewegt, bekommt sie direkt eine Benachrichtigung auf ihr Handy, wir werden den Übeltäter auf jeden Fall überlisten, darauf könnt ihr einen lassen. Habt ihr auch schon solche Probleme mit euren Paketen gehabt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, der Kommentar mit den meisten Likes bekommt von uns eine nagelneue Kamera geschenkt, aufs Haus, auf meinen Nacken, Porto frei, Küsschen aufs Nüsschen ihr lieben Menschen, Wurme out.